Aber wir sind noch nicht da, wo wir hin müssen. Und vor allen Dingen, wir sind ja jetzt anscheinend gemarkert. Für sie, ne? Also, sie haben uns markiert. Das ist wirklich? Kau, ich will nicht, wie kann ich das so schade? Wie kann ich das so schade? Ich weiß nicht, ob die oben sind oder woanders. Also, oh, 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 oh. Nicht, nicht jetzt so. Nicht, don't, don't be back. Warum kann ich jetzt hier... Wieso könnte ich jetzt hier in den Keller gehen? Ich will nicht in den Keller. Ich gehe auch nicht in den Keller, ist mir egal. Wir gehen nach oben. Die waren gerade nach oben. Die waren gerade hier noch in... In dem Zimmer waren die... Oh, Scheiße. Ey, jetzt zieht aber das Spiel aber auch ganz schön ein bisschen an, ne? Also, muss das jetzt so? Das geht doch auch anders. Was ist denn hier für ein Zettel? Niemand ist zu Hause. Ah. Das ist aber... Hatten wir nicht vorhin was mit... Rotem Kleid und den Tschu... Ähhhhh, uhhhh, okay, wir können... Fuck you! Was? Ey, oh, mach doch jetzt nicht! Jojo, komm! Ist gar nicht so fair. Ist gar nicht so... Oh Gott... Es ist nicht so schön. Daniel! Ja, super. Jetzt ist die Tür auch zu. Ich freue mich. Sie glaubt, dass... Was? Sie glaubt, dass diese Bilder eines Tages veröffentlicht werden und für jedermann zugänglich sind. Okay. Alter, ist aber auch ein dicker Wälder. Enthält sechs gängige Rechtsgebiete, Verfassung, Zivilgesetzbuch, Handelsgesetzbuch, Strafgesetzbuch, Zivilprozessordnung und Strafprozessordnung. Seine erstaunliche Dicke und sein Gewicht bieten auch offensichtliche Anwendung zur Selbstverteidigung. Auf jeden Fall. Damit jemand einen über die Rübe hauen... Da sehe ich mich. Du riechst den schwach verbrannten Duft des Beutels, der mehrmals über Weihrauch gereicht wurde. Also manche Sachen verstehe ich nicht. Verdienst du, Kunde? Eine Auszeichnung zu gewinnen ist für Buru nicht wichtig. Die Auszeichnungen sind nur ein Beweis dafür, dass sie nicht selbstgefällig geworden ist. Verdienst du, Kunde der Tungu-Universität Buru Meng, Studentin im dritten Studentenjahr der Fakultät für Rechtswissenschaften, hat gute akademische Leistungen erbracht und den zweiten dieses Zertifikats soll sie ermutigen. Ich habe schon wieder die falsche Taste gedrückt. Ich tappe die ganze Zeit raus. So. Kann ich hier noch irgendwas anderes machen? Wie zum Beispiel wieder rausgehen. Oh ja, okay. Ja warum? Nimm doch einfach an! Hallo? Ja, geh in den vierten Stock. Also wir gucken uns erst mal hier noch den Raum an, weil wir finden den Raum toll. Uh, Snacks! Linz Snackbox. Sie hat ihren englischen Namen darauf geschrieben, um ihren Besitzanspruch geltend zu machen. Jeder, der es wagt, ohne ihr Erlaubnis Snacks daraus zu essen, wird von Linien gnadenlos bestraft. Also ich würde jetzt gleich mal so einen Snack mit mir gönnen. Also hätte ich jetzt nichts gegen. Ein Helm. Spezieller Schutzausrüstung für den Radsport kann den Kopf bei einem heftigen Aufbau effektiv schützen. Auch wenn es sich um einen scheinbar sicheren Campus handelt, wird dringend empfohlen, einen zu kaufen, um alle Arten von Unfällen zu vermeiden, die aus dem Nichts kommen. Ja, aus dem Nichts. Mhm. Das passiert ja auch so selten, dass Sachen aus dem Nichts passieren. Ich will eigentlich nicht jetzt, also da ist gerade irgendwas hochgeflogen. Oh, okay. Hello, ihr zwei? Also da ist ja eine. So, und da hinten sind die anderen. Okay, sie eifersüchtig? Also was passiert? Er wird nicht gesehen. Vielleicht doch. Die einen rennen jetzt nach unten, die anderen rennen nach oben. Was ist denn? Was geht denn mit euch verkehrt? Bleibt doch einfach mal bitte zusammen. Jura-Studentin in dem dritten Jahrgangsstufer, Campleiter. Geburtstag, 7. August 1995. Wohnt in Kaosium. Eine bekannte Persönlichkeit der juristischen Fakultät. Sie ist eine kluge, intellektuelle und erfahrene Person wie eine Göttin unter den Jungen. Sie mag es, Veranstaltungen zu organisieren und trat freiwillig der Studentenvereinigung bei, indem sie sich selbst als Campleiterin nominierte. Von diesem Moment an versprach Bu Ru Ming, dass sie die diesjährigen Veranstaltungen zur bisher erfolgreichsten machen würde. Okay. Ich finde einen Ort mit einer guten Verbindung. Jetzt sind wir ja wieder hier eingesperrt, oder was? Jungen-Universität End-of-Term-Exame Fachanalyse zeitgenössischer Kommunikationsthemen Abteilung Prus-Post-Gruderata-School-on-Mass-Communication-Punkt 290 Frage 1 von 50, Frage 1, 50 Punkte. Wie viele Fragen gibt es denn hier? Achso, gar nicht so viele. Bitte erläute ausführlich, welche Auswirkungen die Mobiltechnologie auf Nachrichten, kommerzielle Marketing und die Erstellung von Videos hat. Warum treten diese Auswirkungen auf? Bitte wende bei der Ausarbeitung deiner Erklärung geeignete Theorien an. Frage 2. Bitte erkläre, wie die Massenmedien mit Nachrichten über soziale Bewegungen umgehen. Was sind die Merkmale dieser Berichte? Welche Auswirkungen könnten diese Berichte auf die Strategie sozialer Bewegungen haben? Hinweis, die Schüler sollten ihre Antwort auf den versiegelten Antwortbogen schreiben. Dies ist Seite 1. Okay. Oh, was da? Hallo, hallo! Hallo! Eine bekannt Professionale-Chiliderin, Model und Künstlerin. Genau. Sie ist auch die Campus-Schönheit von Tungu-Universität. Ich weiß gar nicht warum. Obwohl sie extrem talentiert ist, bezeichnet sie sich selbst als unbekannt. Ihr einzigartiger Sinn für Humor unterscheidet sich deutlich von ihren sportlichen Auftreten. Ihre Leidenschaft für Sport hat ihre Fans stark beeinflusst und einen Sport-Boom an der Universität ausgelöst. Es kann sogar vorkommen, dass Studenten gegeneinander kämpfen müssen, um einen Platz beim Sport zu bekommen. Ja. Ja. Also, ja. Kann man verstehen. Ein bisschen. Geht so. Kann zur Zeit nicht benutzt werden. Okay, schade. Aber ich kann raus. So, wir sind hier immer noch im vierten Stock oder was? Oder wie? Und warum ist hier alles zugehämmert? Oh, komischer Liebesbrief. Na, ist ja komisch. An den charmant gut aussehenden Senior D.K.1. Ich habe von dir gehört, seit ich diese Schule betrete. Ich frage mich, ob du dich noch an mich erinnerst. Jedes Mal, wenn ich dich auf dem Platz Basketball spielen sah, habe ich mich hinter den Bäumen versteckt und dich gegrüßt. Es ist so peinlich, dir das zu sagen. Möchtest Valentinstag. Möchtest du dir nur sagen, ich liebe dich. Ja, diesen Brief hat er wahrscheinlich nie bekommen. Ist einfach mal... Wir sind im zweiten Stock. Ich... Ja. Also, das sieht auch sehr komisch aus. Der Wunschbaum in der Nähe des Tempels hat die Wirkung, böse Geiste zu exorzieren und das Böse abzuwehren. Ein paar Blätter mitzubringen, kann unerwartete Auswirkungen haben. Wenn jemand deinen Namen ruft, während du ihn trägst, denke daran, nicht zu antworten, dich nicht umzudrehen. Sonst... Ja, was sonst? Diese Information wäre vielleicht... Richtig. Ditto zerrissenes Bild. Es scheint der Bild von DT1 und einer anderen Person zu sein. Das Bild wurde in der Mitte in zwei Hälften gerissen. War das ein Unfall oder Absicht? Fuck this shit, I'm out. Ich bleib hier nicht länger. Warum bin ich in der zweiten Etage? Und wo muss ich überhaupt hin? Was ist meine To-Do? In einem Ort mit einer guten Verbindung. Ja. Äh... Draußen? Also, wie wäre es mit hier? Ach du Scheiße, hier ist ja gar nicht draußen. Okay, vielleicht nicht hier. Vielleicht... Hier? Ich kann nicht mehr raus. Ähm... Okay. Now I have a problem. Oh, guck mal hier, Fernseher. Können wir den ausmachen? Geht da... Raus. Wie raus? Ich bin doch gerade erst gekommen. Also, hier reingekommen, meine ich. Ich habe mich gerade erschrocken. Ich habe F gar nicht gedrückt. Aber gut. Muss ich vielleicht doch hier... Oh ja, warte. Hier unten ist gut. Ach, ist ja... um... Es war das. Wie? Wo soll ich mich? Möchtest du? Ich habe gerade gesehen, der Schauspieler Schauspieler, die sich vor dem Was haben wir noch nachdenklich? Nein, nur noch die Rheben, ohne mich zu sehen. Da ist es ein bisschen wunderschön. Warum? Wundau hat sich gerade gesagt? Du bist schon wieder zu sehen. Wundau hat sich wieder auf der Welt. Geiger Tren! Ich gebe nicht. Du bist jetzt hier. Du musst dich aus. Du kannst nicht nach Hause mit Wundau sein. Ich bin nicht sicher. Ich habe mir das Wasser noch nicht mehr in den Netzwerk. Ich habe noch nicht mehr in die Zeit. Ich habe mich wieder zurückgebracht. Ich gebe mal nach Hause. Ich bin nicht zurückgebracht. Wui? Geh zurück und finde Wenyo, die die Blätter gefallen gelassen hat. Was? Was war das denn jetzt hier eigentlich? Okay, wir wollen es nicht wissen. Wir gehen einfach weg. Blätter gefallen hat, gelassen hat? Ich gucke da jetzt aber hier nicht nach dem... Nö. Einfach nö. Als ob ich jetzt da gucken gehe. Okay, ich gehe jetzt mal in die vierte, weil da... Wenya! Wenya! Willst du zurück in den房間? Warum ist jetzt die Seite offen? Ich... oh man, oh, ich will nicht hier rein. Alter, was ist denn? Okay, okay. Oh, wieder zu. Cool. Wie bist du? Hey, was mit dir los? Erzäh mal was. Wummedi benihon, wummedi benihon, wummedi benihon... Okay, ich gehe jetzt... Hey! Soconductance! Ich habe wirklich keine Nase. Ich habe keine Nase. Ich habe keine Nase gesehen. Wie war das? Das ist das. Ich habe die Nase gesehen, das ist die Nase. Die Nase haben mich gesagt, dass die Nase in der Nase war, dass sie nicht in der Nase war. Wir haben sie zu verletzten. Sie haben sich die Nase gesehen? Wir haben sie gesehen. Sie haben sie gesehen? Ich habe die Nase gesehen. Okay. Es ist klar, es ist ganz einfach, nicht in Ordnung. Kapau, Kapau Okay, also wir gehen jetzt runter Aber wir kommen doch gar nicht raus Benny Hu hat da gesagt, ja, er hat die ganze Zeit meinen Namen gerufen Aber Also kommen wir jetzt hier raus? Jetzt kommen wir hier raus Aber wenn ich Guten Empfang brauche, dann komme ich nicht raus, oder was? Unser Beispiel Das unzerstörbare Zeichen und der geheime Schatz der Philosophie Es heißt, dass es im rechtsfakultierten Klassenzimmer Ein unzerstörbares Schild gibt Das auf keinen Fall gebrochen werden kann Es gibt auch ein seltsames Gerücht über einen versteckten Campus-Schatz Im Philosophie-Klassenzimmer Das von den vier Campus-Mythen Der zweitbeliebteste ist Gleich hinter der verfluchten Brücke Natürlich Ey, genau Was hast du noch gesagt? Viele Als ich gerade kam, habe ich alle kennengelernt Gehen wir zurück zu unserem Klassenzimmer Und ich frage mich Wollen wir diese wunderschönen Angler Wollen wir diesen wunderschönen Angler Ach hier kommen wir gar nicht hin Zu dem, wo wir hinwollen Okay, warte mal Wie hieß es jetzt nochmal? Gehe ins Kommunikationsklassenzimmer Wo ist ja jetzt hier das Kommunikationsklassenzimmer? Chemistry Lab Chemistry Schönheitsklassenzimmer Und dann sind hier solche Puppen drin Sag mal Ist aber nicht Also sah jetzt nicht so nach Schönheit aus Gut Hier sind wir nicht richtig Ich gehe von oben Ja, ich gehe von aus Dass wir nach oben müssen Fashion in Styling Room Ja, ist klar Ah, okay Philosophie Klassenraum Wo sind wir hier? Kommunikationsklassenzimmer Warte mal, ist auch das, oder? Nein Das sind wir für Massenkommunikationen Aber er ist nicht hier Er ist ja, ich bin noch nicht hier Jetzt in der Mitte, ich will ihn uns Ah Chien, okay, oder? Ich werde jetzt nicht mehr Ich werde nicht sagen Hey, Mung-Bor-Ru Äh, der Strom steckt nicht Also, wie kann das funktionieren? Äh, okay What the fuck? Was machst du denn? Foto- Fotokopierpapier Mit seltsamen Figuren drauf Die aus nicht Angeschlossenen Kopiergeräten kommen Auf der Rückseite stand Ich suche dich Ich wäre ja sowas von schnell weg Was ist denn? Also Nee Okay Oh, nein Sind wir jetzt da noch mal das Ding Guck, 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 guck Wieso ist der Schildkommunikationen? Meine Mäuze ist hier Geh'n 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 Jetzt suchen wir einen Hammer, um das Ding abzumachen oder kaputt zu machen? Ernsthaft? Ein Notizbuch, das Boru benutzt hat, um sich Notizen zum Strafrecht und die wichtigsten Informationen des Kurses zu machen. Das Notizbuch trägt die Aufschrift Strafgesetzbuch gegen Stand 239. Eine Person, die mit ihrem Ehepartner Ehebruch begangen hat, wird zu einer Freiheitsstrafe von nicht mehr als einem Jahr verurteilt. Die Person, die mit den vorgenannten Personen Ehebruch begangen hat, wird mit der gleichen Strafe belegt. Okay. Das ist fair. Wenigstens beide. Und nicht nur einer. Der Redewettbewerb ist ein Ereignis, für das Beruf vor zuversichtlich ist. Niemand könnte ihre großartige Redekunst schlagen, was sie zum stolzen Rechtsfakultät des Tungu-Universität macht. Okay, dann gucken wir uns noch die andere Links an. Der Debattier-Wettbewerb ist das AG-Ereignis, was so jemand zahlreiche Preise gewonnen hat. Ja, okay. Also sie scheint auf jeden Fall guter Dinge zu sein. Die gute Boru. So, und jetzt brauchen wir einen Hammer. Wo sollen wir jetzt hier einen Hammer herfinden? Und jetzt sagt mir nicht, ich soll hier einen Hammer finden von... Speer für die Gerechtigkeit steht. Gelegentlich wird er als fälschlicherweise für ein Massagegerät gehalten. Massagegerät. Ich verstehe. Ich verstehe. Aber nimm doch das Geld auch mit! Also Okay, also jetzt gehen wir aber in den Security Bereich. Also irgendwo müssen wir jetzt hier hin? Courtroom? Man's Toilets. Ja. Okay, dann müssen wir wieder runter? Aber wir sollen ja jetzt die Überwachungskameras uns anschauen. Okay, komplett drunter geht nicht? Doch, geht. Ach, wo waren denn hier bitte Überwachungskameras? Waren die hier? Ne. Fashion and Classroom. Schön heiß Klassenzimmer. Chemie Klassenzimmer. Chemistry Lab. Ich bin verwahrt. Aber hier war doch auch nichts weiter. Hallo? Okay, kann ich nicht durchgucken? Schade. Warte. Muss ich jetzt komplett raus? Ja, wahrscheinlich. Weil das ist ja jetzt hier kein Überwachungsraum, ne? Also kann mir doch keiner erzählen. Okay, gehen wir erstmal wieder raus. Und suchen jetzt den Überwachungsraum. Ich hab Wichtigeres zu tun. Warte. Lass uns kurz gucken. School Security. Schulsicherheit. Da lang. Ach, jetzt müssen wir wieder... Oh, nein. Es ist da wo wir... Es ist da wo wir... Es ist da wo wir... Es ist da wo wir letztes Mal unsere... ...sicherungen gefunden haben für den Briefkasten? Geht's ernsthaft? Hm. Gute Sicherheit. Na, ein Träumchen. Okay, dann gucken wir jetzt über die Überwachungskameras, ob wir unsere Freunde irgendwo finden. Und... Es ist immer... Was haben wir hier? Sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart waren übernatürliche Phänomene schon immer ein beliebtes Thema. Titel. Der Fluch der Brücke. Die Tragödie hinter der bekannten Campuslegende. Datum. 10. Juni 1989. Inhalt. Der Brückenfluch der Tunguhu-Universität ist seit langem bekannt und gehört zu den Tabus, die die Studenten vor Ort gerne in Frage stellen. Es geht das Gerücht um, dass, wenn man um Mitternacht über die verfluchte Brücke geht, ein weiblicher Geist erscheint und einen tötet, wenn man beim Gehen die Treppen zieht. Was die Identität des weiblichen Geistes angeht und was mit ihr vor ihrem Tod geschah, so gibt es zahlreiche Versionen des Mythos, die auf dem Campus kursieren. Nach unseren Recherchen könnte das ursprüngliche Ergebnis... Ereignis... Warum sage ich eigentlich Ergebnis? Ereignis, mit dem sexuellen Übergriff auf eine Studentin namens Ichen zusammenhängen, der sich in diesem Tag vor zehn Jahren ereignete. Leider wurde dieser Fall vertraulich behandelt und weitere Informationen sind schwer zu finden. Du siehst, das stimmt. Das stimmt nicht. Das stimmt. 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 Eine Gabrielle Geschichte. Das stimmt. Instange! Das stimmt. Die Königinagò come- finance, mh Undra박 border nirgon. Das ist hugging mein Herz aus. Das stimmt so. Das stimmt. Dow stunning. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Es ist wirklich gut. Die Verwertung der Verwertung ist sehr gut. Also, jetzt sollen wir die auch noch austreiben oder wie? Also, weiß ich ja nicht. Nur weil er da irgendwelche Utensilien gekauft hat zum Exorzismus. Ich wollte dieses Radio so gerne ausschalten, ne? Also, es... Jetzt geht es hier auch noch weiter. Och Gott. Ich möchte das nicht. Sicherheitsnotizbuch 2. Weil die Schule nicht möchte, dass sich die Medien auf dem Campus aufhalten. Dennoch dringen immer wieder Reporter ein, um Fotos zu machen. Der junge, taoistische Priester des Nanan-Tempels kam gestern Abend, um eine religiöse Zeremonie durchzuführen. Er behauptete, die Talismanne, die das Böse unterdrücken, seien verschwunden und er könne mit den dunklen Kräften, die im Spiel sind, nicht umgehen. Er sagte eine Menge Dinge, die ich nicht verstehen konnte. Der Priester gab uns auch einige Amulette und behauptete, sie könnten uns schützen. Kollegen sollten vorsichtig sein, wenn sie nachts auf Brückenpatrouille gehen. Denkt daran, neben den Räucherstäbchen zu beten und ein Amulett zu tragen, bevor er hinausgeht. Vorsicht ist besser als Nachsicht. 2.3.2012 Können wir einfach so ein Funkgerät mitnehmen? Okay. Was sehen wir jetzt hier? Oh, wir sehen unser Klassenzimmer. Das ist jetzt die Frage, muss jetzt hier was passieren oder eher nicht so? Mach mal das Blatt. Und keine weiteren Informationen dazu. Schade. Notizbuch mit Aufzeichnung über Besucher der Tungu-Universität im Jahr 1979. Detektiv. Ein Gerichtsmediziner. Uhrzeit 8.30 Uhr. Eltern des Studenten kennen. Hölf Uhr. Vier Kriminalbeamte. Zwei Gerichtsmediziner. Und ein Priester. Sunny! 你快点过来啦! Was ist denn los? 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 Ich hab homes durch kindnesses. WSG. Stimport. Wie ist denn das, die Schlage vestoren zuINhouse? Das ist das? Das아니r Lug index. Was ist denn... Ich hab mediadores. Was ist das? Du! Am Ja, gute Frage. Ja, gute Frage. Als ob er das jetzt durchzieht. Glaubt er doch selber nicht? Also das kann mir doch keiner erzählen. Überprüfen Sie jetzt, um nach Spuren von Dirichichin zu suchen. Gut, überprüfen wir die Sicherheitskameras. Seltsam. Warum sollte es seltsam sein? Jetzt rennen wir wieder zurück? Nee. Jetzt spielen wir wieder die andere Person.